Das sollte mir die Sache erleichtern. Das ist nicht, Kieper Moe. Was kämpftest du das? Ah, Kinderblut. Er kriegt Kinderblut gespritzt. Was sonst? Jetzt wirst du sie öffnen. Der Zweck dieser Tür ist doch gerade abschauen wie euch Fernseher. Ich bin Groß Inquisitor wie Thales Bingevorm. Du hast keine Ahnung, was ich erleiden musste. Sie, was ich ertrage. Für dich. Das gibt einen Bosskampf. Der Seppi ist so gut. Wie heißt du, Junge? Roderick. Roderick soll nicht sein Leben aushauchen, bevor diese Tür geöffnet ist. Begeht nicht denselben Fehler wie bei seinem Vater. Oh Scheiße, jetzt wird er gefoltert. Das sind alle Ewigkeiten. Und das ist sein Vater. Oh Gott. Schnell, ich darf sie nicht verlieren. Mein Gott ist gut, der ist hier nicht anwesend. Wer davon redet, deinen Nächsten zu retten. Kannst du einfach nicht in Wohne ein. Wir sind im Gefangenen. Und das am besten unentdeckt zu werden. Ist an den Priestern vorbei. Roderick, sieht so aus, als hätten wir beide unsere Probleme. Sein Blut wird schwächer. Wie lange kann das Episankwist ein bisschen Schach halten? So lange wie es ihm sein Glaube erlaubt. Er hat also die Tür gebaut. Ja, und er wird sie öffnen. Mit dem Buch und dem kleinen Devo... Dann kriegen wir den Großen ausgeschaltet. Dann werden wir von der Pest erlöst sein. Ad ignem, ad lukem. Ah, schön gesagt. Bewegung. Jetzt hören wir mal gut zu. Mein Freund und ich haben viel Zeit damit verbracht, die Ketzer im Kerker der Bastion zum Reden zu bringen. Jetzt tust du nicht so stark, aber glaub mir. Wenn wir nur tief genug schneiden, dann winselst du genau wie alle anderen auch. Ich kann's kommen, aber... Ich bin mal vorsichtig. Wir müssen lieber keine ausschalten. Vielleicht können wir uns an ihm auch vorbeischalten. Bei ich sehen... Erkennst du sie? Erinnert sie dich an deinen Vater? Kein Wort über meinen Klanken. Oh, wirklich? So läuft das Spielchen also. Linie der Rosen Schwere Rüstung kriegen wir nicht Da mag er mittelchen gehen Momentan nicht Wie soll ich das jetzt Ich bin geliefert, wenn ich darüber hopse Wenn ich den jetzt angreife, ist der vor mir sofort Ah, ich habe einen Plan Das könnte klappen Und zwar die Tag auf, warte ich schon Seit zwei Tagen Keine Ahnung wer du bist Aber danke Sie haben die anderen alarmiert Was ist das für eine Tür Eine Spezialanfertigung Das Meisterwerk meines Vaters Und weißt du auch wie man sie öffnet Das wäre eine große Hilfe Mach weiter Ich halte die Hilfe Eine sehr große Hilfe Es wird ein bisschen dauern Mach weiter Ich halte sie auf Ich versuch's zumindest Okay, das sind wir momentan noch Welt ohne Bewusstung Bewusstung Es muss doch ein Weg geben Bewusstung 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 Nächsteine behalten Ich habe noch drei Sterne Steiner. Ich brauche neue Steiner. Jetzt brauchen wir uns ja nicht zu verstecken. Oh nein. Jetzt habe ich das nicht geschafft habe. Ivo macht den Kleistermeister. Ich muss doch einen Weg geben. Sie haben die anderen alarmiert. Was ist das für eine Tür? Eine Spezialanfertigung. Das Meisterwerk meines Vaters. Und weißt du auch, wie man sie öffnet? Das wäre eine große Hilfe. Mach weiter. Ich halte sie auf. Eine sehr große Hilfe. Den ersten kriege ich. Den zweiten. Ich will dich ja nicht drängeln. Aber sie kommen. Und anscheinend ist ein Feuer ausgebrochen. Ich hab es fast. Komm schon, komm schon. Ich hab es. Los, schnell. Sie haben Alarm geschlagen. Wir kommen hier nicht weg. Schnell weg. Egal. Schnell weiter. Hey, weißt du, wo wir hin müssen? Nicht nachdenken. Lauf. Eine Sackgasse und wir sind erledigt. Wir müssen uns verstecken. Nein, wir müssen sie irgendwie aufhalten. Eine Sackgasse. Wird das reichen? Es muss. Also gut. Wir sind im Keller. Schon mal ein Anfang. Rodrik, ich brauche das Buch. Was ist an diesem verdammten Buch so besonders? Es könnte meinen kleinen Bruder retten. Bitte. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, dass sie meinen Vater dafür zu Tode gefoltert haben. Und ich sie dafür töten werde. Sie haben auch meine Eltern umgebracht. Vielleicht kommen wir hier gemeinsam raus. In Ordnung. Was ist mit dem Buch? Wart's nur ab. Davon gibt es hier massenweise. Ja, das ist doch ziemlich final. Irgendwann müssen wir doch den großen Boss, den Inquisitor, töten. Wow. Noch eine Bibliothek. Unter der Bibliothek? Von der neuen Bücher. Darum haben wir die Tür gebaut. Dann muss das Sanguinis Itinerah hier sein. Ich weiß nur, dass es einen roten Einwand hat. Seh mal. Da oben. Rosen. Das muss es sein. Ich muss da hoch. Kumpeln wir mal schön und schauen mal, was passiert. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Scheinbar sind wir hier erst mal in Sicherheit. Das ist unser Weg zum Buch. Kinderspiel. Äh, ja. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Mach ich. Ah, ich muss nur heftig drücken. Okay, Sekunde. Wenn sich die Regale bewegen können. Wo fange ich an? Okay, drehen wir erst mal. Schon gut, schon gut. Hm. Ich muss das Gegengewicht bilden. Ich warte hier drüben. Sag mir, welchen Hebel ich ziehen soll. Also gut. Hm. Ich blick's noch nicht ganz. Mach du mal den hier. Jetzt. Ja. Okay, offensichtlich nicht. Warte. Hört sich gut an. Ich hoffe, dass du nicht allein. Könntest du mir helfen? Nee, das ist Blödsinn. Also wenn er das hier macht. Vielleicht komme ich hier irgendwo hoch. Zu hoch. Ich brauche etwas zum Hochklettern. Igitt. Das lasse ich lieber, wo es ist. Ah, ja. Etwas zum Hochklettern. Du kannst mal... Halt. Halt. Oh Gott. Ah, hier den Wagen. Ah. Sie steckt fest. Okay, dann müsste er ja hier. Also los. Hört sich gut an. Ich hoffe, wir werden nicht zerknetscht. Du hast doch gesagt, du würdest das Gegengewicht bilden. Hab ich doch. Es hat nachgegeben. Na gut. Wir müssen sehr vorsichtig sein. So, da müssen wir hoch. Das heißt... Ich kann vielleicht hier rüber. Da sieht es nach einer niedrigen Stille aus. Das scheint eine Idee zu sein. Ich den hier hinschiebe. Perfekt. Naja, Perfekt ist was anderes, aber... Übrigens. Ich heiße Amicia. Und du bist Rodrik, oder? Du weißt deine ganze Menge, Amicia. Wer hat die Tür bei euch in Auftrag gegeben? Den brauchen wir bestimmt unten. Sie redeten nicht viel. Mein Vater hat sie konstruiert. Er war der Meister. Ich war bloß der Lehrling. Aha. Mönche. Die das Sanguinis Itinara bewachen. Ich dachte, du musst mal. Ja. Na komm, rüber. Ähm. Lass es einfach. Bist recht. Es ist viel zu still. Wo sind die Soldaten hin? Das ist nur eine gute Frage. Eine berechtigte Frage. Rodrik? Kann ich aber nicht. Das ist jetzt schwierig. Wie soll ich da denn längst kommen? Ach, wir müssen den Karren wahrscheinlich runter schieben. Ah, okay. Zu tief. Wir müssen etwas darunter tun, damit es nicht runterfällt. Ich bin schon unterwegs. Stapeln können wir die Kisten ja leider nicht. Liebe. Na, wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Also gut, bringen wir es hinter uns. Liebe? Liebe? Rede halt nicht hier von Liebe. Ach so, Geschwisterliebe. Wenn wir unseren... unseren kleinen Retten wollen. Warte. Schrooter. Also los. Ja. 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 Und jetzt hier hoch. Bald werde ich anfangen. Sobald wir das Buch greifen. Wird was Schlimmes passieren. Es kann ja nicht gut gehen. Glaub es lieber und beeil dich. Sie kommen jeden Augenblick zurück. Ja eben. Ich sag's doch. Das kann nicht gut ausgehen. Bosskampf. Bosskampf, Bosskampf. Bosskampf gegen den Kranken. Das krieg ich nicht hin. Ja. Nein. Wir haben keine Chance. Kleine Nährin. Was willst du denn mit dem Buch erreichen? Mein Bruder retten. Mit deinem Bruder und dem Buch kann ich die Welt retten. Das ist genug. Schnell. Hier entlang. Das wird nichts So, Bluch haben wir Und jetzt rennt Ich sag euch Wir werden nicht entkommen Das wird die Hölle Und wie ich bereit bin Ja, auf jeden Fall wird es die Hölle Wir haben sie ganz schön aufgescheucht Ruhe, ich darf nicht riskieren das Buch zu verlieren Das werden wir Die haben nicht mehr genug Steine Wie konnten wir nur so sehr die Kontrolle Wir sitzen fest Er sieht in die andere Richtung Ich erledige ihn Bist du sicher? Mit Vergnügen Dein Zeichen Roderick, du bist dran Das ist für meinen Vater Wow Äh Machst du das oft? Nein Aber langsam macht mir das Spaß Gut, das reicht Ich gehe Du bleibst hier Ich sehe nach, wie sie vorankommt Sag mir, was zum Teufel da los ist Er ist allein Er wird mich kommen sehen Ich könnte ihn ablenken Na toll Das kann ja nichts mehr haben Oh verdammt Ich habe verknappt Was hast du dich denn da gesehen? Schwer zu sagen Was ist los? Hier Schnapp sie Oh scheiße Ich dachte wir sollen den einen ablenken Ich löge ihn ab Dann kommen zwei weitere Na danke Ich komme mit der Universität Das könnte Ist jetzt schwer herausstellen Okay, du bleibst hier Ich sehe nach, wie sie vorankommen Sag mir, was zum Teufel da los ist Er ist allein Er wird mich kommen sehen Ich könnte ihn ablenken Gut, die ablenken Ich dich auch Wir sind kniefert Wir sind kniefert Wir sind kniefert Das war ja wohl nichts Okay, versuchen wir es mal mit ablenken Er sagt ablenken Nicht besiegen Er ist allein Er wird mich kommen sehen Er ist auf keinen Fall Nein Idioten Dann kommen jetzt Kusern Das hat ja sehr gut geklappt Ich zeige euch, was wir mit kleinen Bastards, die euch anstellt Neway Jenkins Er ist alleine Ne, geh ab Ich stehe ich auch Ich sehe euch an